Mit Sicherheit ist die Fortuna in Düsseldorf sehr groß und wir sind in Köln sehr groß. In jedem Fall gibt es heute für die Fortuna zwei Punkte. Jetzt können Sie rätseln, für was für eine Fortuna. Nun, die Kölner verloren am Ende 0 zu 1. Doch war das nicht aller Rätsellösung. Hinter der Maskerade des Weihnachtsmannes zum Beispiel, steckte ebenfalls Kölns Präsident Jean Löring, der mitten aus dem Fanblock heraus die böse Bescherung miterlebte. So auch den Düsseldorfer Siegtreffer durch Darko Drasic.